Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag hier drüben Quiekel. Für diesen Auftrag müsst ihr auf das Schneefeld am Tag. Ich habe es hier auf Level 3 gemacht. Fahrt hier den Standardweg bis zum Schluss und im letzten Gebiet müsst ihr das Quiekel, das mit den Aloa Ulpix redet, mit Samtempfeln rechts von der Kristallblume locken. Habt ihr es hingelockt, so werft eine Lumina Kugel auf die Kristallblume. Nun wird Quiekel im Boden graben und auf eine Wasserquelle stoßen. Diese Wasserquelle drückt Quiekel in die Luft und während Quiekel in der Luft ist auf dem Wasserstrahl, müsst ihr es fotografieren und dieses Foto am Ende beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ja, dann habe ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit dir.